Wie man mit dem E-Portfoliosystem Mahara das Dashboard und die Profilseite gestalten kann. Von Moodle aus komme ich nach dem Klick auf Mahara direkt zu meinem Dashboard, meiner persönlichen Schaltzentrale für Mahara. Diese ist nur für mich sichtbar. Ganz zentral auf dem Dashboard sind die drei großen Menüpunkte zu sehen, Erstellen, Teilen und Mitmachen. Diese finden sich nochmal oben rechts in der Menüleiste zum Ein- und Ausklappen. Auf diese Art und Weise kann ich auch direkt unter Menüpunkte anspringen. Mein Dashboard kann ich bearbeiten, wenn ich das möchte. Ich kann von meinem Dashboard aus durch Klick auf meinen Namen direkt zu meiner Profilseite springen. Die Profilseite kann ich natürlich genauso bearbeiten wie andere Seiten auch. Ich kann den Blogtitel ändern, einen kleinen Vorstellungstext hinzufügen, Ich kann ganze Blöcke löschen, neue Blöcke hinzufügen oder Blöcke verschieben. Der Blog Pinwand ist ein spezieller Blog, über den ich selber Nachrichten posten kann und auch Nachrichten von anderen einsammeln kann, dabei standardmäßig öffentlich. Ich kann aber auch wahlweise privat auswählen. Diese Nachrichten, die sich auf der Pinwand befinden, sind dann wirklich auch sichtbar, wenn meine Profilseite aufgerufen wird. Natürlich kann ich die Pinwand aber auch löschen. Mein Profilbild kann ich natürlich jederzeit ändern. Hierfür lade ich bei Profilbilder das neue Profilbild hoch, setze das als Standard und speichere das Ganze. Im Menü Einstellungen kann ich unter Nachrichten entscheiden, ob ich weiterhin alle Mahara-Nachrichten per E-Mail zugestellt bekommen möchte oder ob ich das für bestimmte Nachrichten oder auch für alle ausstellen möchte. Nachrichten versichert Vielen Dank.